Nein. Und da, und da hin. Sieben Minuten habe ich noch. Könnte knapp werden, dass ich alles schaffe, aber ich glaube nicht, ich schaffe nämlich nicht alles. Da bin ich dann zu langsam. Nach fast die Hälfte der Zeit habe ich übrig, aber ich habe nicht mal die Hälfte fertig. Verdammt! Komm, klick schneller Schiff. Das Clipschill müsste doch wieder bereit sein. Neun, acht, sieben. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Los, klick schneller Opa. Ja. Perfekt. So, wenn ich beim System angekommen bin, will ich stoppen. Auch wenn es jetzt ein bisschen verschwenderischer mit dem Slipstream ist. Also lieber so, als wenn ich den Slipstream so selten benutze, dass ich hier jedes Mal zig Jahre brauche. So, Kurve. Und weiter geht's. Kann ich nicht gleich schon wieder ein Slipstream benutzen. noch 45 Sekunden, passt doch. Das ist gut. Dann kann ich gleich die Klingonen holen. Und dann habe ich gleich dieses System fertig. Und dann habe ich noch, ja, ich schätze mal, dann habe ich noch 4 Minuten 30 Sekunden. Bis dahin brauche ich jetzt 20 Sekunden wahrscheinlich. 15 bis 20 Sekunden. Ja, das könnte vielleicht gut gehen. Ich würde mich freuen, wenn ich das hier gut hinkriege. Das könnte knapp werden. Das Clip kann ich hier benutzen. Ah, B ist ein Kreuzer. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 3 Minuten So, noch 3 Minuten Also diese 3 Minuten muss ich noch schaffen Außer ich brauche 3 Minuten für dieses Ding Also 1 Minute Das wäre ein bisschen heftig Komm schon Ich brauche den Slipstream Dann habe ich den nächsten Punkt wieder 30 Sekunden Das müsste klappen Der müsste in Dauert länger als 3 Sekunden bis ich da bin glaube ich Komm schon Komm schon Komm schon Das war ja Sektor was glaube ich, oder? Komm schon Komm schon Komm schon Das ist schon mal gut Den habe ich schon mal gekriegt Komm schon Komm schon Kurbel, 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 Kurbel Also einen Müsste ich noch erreichen 100 Pro Ein System Müsste ich noch erreichen Mindestens Schade 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 20 Sekunden nur 50 Sekunden also noch mal Quantenslipstream kann ich nicht nutzen also ich schaffe vielleicht zwei Stück schaffe ich vielleicht aber nicht mehr schade 4 3 2 1 los aber ich schaffe es dann hiermit schon sehr viel mehr System als mit meinem Mainshire was schon lächerlich ist ich gehe noch ein bisschen durch komm ich noch an oder komm ich nicht an lass mich noch da ankommen ey bitte 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 ne da komm ich nicht immer rechtzeitig an 5 4 3 2 1 bomb naja trotzdem nicht schlecht geschafft so wenig Geld noch weniger ging nicht oder was naja egal Zollsystem weiter das ist echt wenig Geld 592.000 das ist ja armselig so dem einen schuldig 300.000 den schuldig 70.000 ja dann kann ich mir gleich nochmal ein anderes Schrift holen was ich holen wollte hier so so wo es ist wo es ist o Zwei, eins und fertig. Ähm, täglich, stündlich. Oh. We come upstream. We come upstream. Also guckst du hier einen extra langweiligen Film an, oder wie soll ich das verstehen? Ah, ok. Terminator? Ich muss ehrlich sagen, den wir rausgebracht haben. Genesis, genau. Den fand ich nicht schlecht. Obwohl der eigentlich ja totaler Flop war. Aber ich fand den eigentlich nicht schlecht, weil die Story war mal... Ja, aber die Handlung war nicht schlecht, weil... Ne? Ne? Ja, also das fand ich zum Beispiel richtig gut. Ja, das fand ich zum Beispiel auch ein bisschen scheiße, ne? Also das muss ich ehrlich auszugeben. Na, in manchen Filmen war Ben Affleck nicht schlecht, aber... Äh... In einem anderen Film... Na ja. Jo, bis denn. Ciao, ciao. Bye, bye. Scheiße, dann bin ich ja der Letzte. Bin ich ja schon wieder das Letzte. Wieso muss ich immer das Letzte sein? Hä? Was denn hält der was? Eigenschaften? Ah, scheiße! Wohneigenschaften, cool! Äh... Wohneigenschaften? Ringen jetzt 14... ...äh... ...äh... ...drei Sekunden nach dem Doppelpoint... ...dauer mit... ...bischen... ...und... ...dauer mit... ...dauer mit... ...widerstand der... ...hektrischen Treffer... ...da ist gut... Erhöhlt Schaden beim Zählen. Ah, zählen tue ich nicht mehr so viel. Wie machen wir das? Das letzte muss ich mir jetzt entscheiden. Wird der Schadenswiderstand oder das mit den Zählen? Zählen tue ich nicht mehr so viel. Oder ich muss mich dran gewöhnen wieder zu zählen. Dann wäre es natürlich praktischer. 10% mehr Schaden. Oder plus 10 Schaden. Alle Schäden. So. Machen wir jetzt mal das. So. Beim Plotten. Porschungslabor zu kaufen. Eigenschaften in Ruf freustalten. Ah, okay. So. Da habe ich alles vergeben. Gut, gut, gut. Jetzt erst mal die ganzen Dinger öffnen, die ich da jetzt gekriegt habe. Uuuuuh. Verdammt. Ich glaube, ich muss mal kurz wohin. Die ganze Zeit mein Inventar nicht mehr geleert. Jetzt ist das Ding voll und wie. Noch nie. Nee. Spaß. Aber schnappt das so. Das ist echt derbe. So. Was verkaufen wir denn schönes? Weg damit. Behalten. Weg damit. Weg damit. Aufgeschwindigkeit. Brauche ich nicht. Interessiert mich nicht. Weg damit. Weg damit. Hyperspray. Weg damit. Mittlere. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Gott kriegt man ja die nur Müll. Vielen Dank.